und damit hallo und herzlich willkommen hierzu so let's play wonder blade warband wir mit olaf unterwegs und letzte woche hatten wir uns eine schlacht geliefert mit in keiner art kehr geht wieder und haben dabei einige männer verloren wir haben ja auch rekrutiert gehabt mal schauen ja doch die garnison ist vorhanden die sind zwar noch angeschlagen okay dann suchen wir uns was rekrutieren wir denn ich will saradine nicht aber ich muss wohl was ja ja die sind am nächsten dummerweise kann ich eigentlich ich habe in der arme starf kann nichts für diesen krieg gleich sechs leute wollen wir müssen auch geld machen hier aber wir haben schon geld gemacht aber das wollen wir geben genau ich wusste wir hatten irgendwas vergessen so kann sie sich unter die die leute hauptstadt können wir mal hier ja ich weiß nicht ob es hier noch was gibt fünf wir haben elf rekrutten und wir gehen mal nach charif einfach um zu gucken ob sich da irgendwas nicht angreifen sonst haben wir ganz problem mit der moral der männer und das unser bescheidenes königreich ich würde sehr gern sogar hier und das wollten wir glaube ich auch in dieser folge machen oder ich erinnere mich das gesagt aha genau das was wir brauchen aber wo sind sie frische sprüche belagert nein nein ach du schande ach du schande ach du schande was haben wir da bitte entgegenzusetzen ja lass mich in ruhe flüchten ach ergeben weiter ziehen weiter ziehen scheinen wow alle verwundet alle verwundet wir warten wir werden nicht mal die erste angriffswelle überleben aber naja dafür gibt es ja speicher das müsste mir allerdings hier unten in die comments schreiben ob ich den laden soll oder oder na komm oder ob wir es geschehen lassen sollen das kann nicht das können doch nicht alle sein bitte sagt mir nicht dass das alle sind ich team weiß nicht ich habe ja Schöne Scheiße. Wo bleiben diese 41 Soldaten? Hätte ich diese 41 Soldaten bei mir? Dann wäre das kein Problem, aber ich habe sie nicht bei mir. Und das ist mein Problem. Wow. Wisst ihr was? Nein. Einfach nur. Nein. Nope. Ähm. Nope. 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 Hm. Es tut mir leid, aber nein. Das gebe ich so nicht auf. Unter gar keinen Umständen. So, was machen wir? Wir stationieren. Das ist sich so nicht auf. Da haben wir alles. Hier haben wir. Hm. Was schauen wir hier? Ähm. Noch nichts. Hm. Wie viele haben wir? 72. Das wird nicht reich. Vor allen Dingen da einige davon einfach nur Bauern sind. Hoffen wir dann gleich, dass ich hier auch schon wieder hineinkomme. Gleich sieben. Die noch und dann zurück. Dann noch zurück. Und zwar schnell zurück. Nein, naja. Jeder von ihnen ist wichtig. Gutes Training, gutes Training. Was denn, sieh? Okay. Das ist gut. Beachtet gar nicht die Rekruten, die da auf euch zukommen. Jetzt gebt ihn aber auch auf die Schnauze. Sehr schön. So sieht's aus. Entschuldigt, dass ich nicht so motiviert commentiere, aber es ist ziemlich früh. Noch ziemlich, ziemlich früh. Das ist sogar noch untertrieben. Dann ist das viel zu früh. Na komm. Auf geht's, bevor sie uns belagern. Mit 100 Mann könnten wir standhalten. Zumindest etwas länger als ohne. Zumindest viel weniger wie letztes Mal. Hm. Gott. Warum glauben die, sie können es mit mir aufnehmen? Was sollte ich nicht tun? Das sind Armbrustschützen. Hier nichts nutzt, da kommt er. Ja, aber so lässt er mich doch raus. Okay, mir reicht's. Das hätten wir da. Armbrust. Ja, bitte. Wir sind rechtzeitig angekommen. Und die Folge ist auch vorbei. Also. Vielen Dank fürs Zusehen. Gut. Ich befreu mich. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Monde, Blade Warband. Tschüss. Tschüss.